Musik Ihr seid so gerühlt Musik Oh Gott, so viele Grüne Oh toll Musik 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 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Ah komm Calessandra, sag uns diesmal was du kannst. Ja! 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 Ja Wir sind von einem Thrower zu bescheuert, um den Ball aufzufangen. Touchdown! Touchdown! Das ist mal ein Werfer? Yo, das ist dein Werfer. Yo, 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 yo! Ich glaube, den hätte ich die Arme abhacken. Oh, Jungs mit Blitz und Blotten. Das ist ja scheiße. Noch ein Blitzer. Okay. Mit dem Ganzen einfach kommst du hier jetzt nicht durch. Das ist auch nicht der Plan manchmal. Das ist nicht der Plan. Ja, ja, ja! Ja. Ja! 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 Ich weiß nicht, dass ich den Weg bin. Bring it on! Bring it on! Nun muss zugeben, er hat ihn gut geschmissen. Beziehungsweise indirekt geschmissen. Er wurde gut geworfen, ja. Was? Er wurde gut geworfen. Er wurde gut geworfen. Er wurde gut geworfen. Er wurde gut geworfen. Der steht ja hier drauf. Ich weiß. Ich mach nur Sprüche. Er wurde gut geworfen. Er wurde gut geworfen. Da ist das Bällchen. Das Bällchen. Hohoho. Oh. Immer rein. Arnsystem. Er wurde gut geworfen. Er wurde gut geworfen. Er wurde gut geworfen. Er ist wahrscheinlich einmal nach 17-11 Jahre alt. Er wurde gut geworfen. Er wurde gut geworfen. Er wird gut geworfen. Vielen Dank. Ich habe doch noch voll die Trottelgruppe hier oder was? Kann ich denn keiner in diesem verdammten Ball spielen? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, das Problem ist, sie kann nicht mit dem Ball spielen. Hier, Kairis, Star Wars, Kairinian, aufgestanden. Blöder Ork. Macht uns doch nicht nieder. Schon, aber... Sieg! 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 Ah, das Gunt. Das ist jetzt mal geschlossen. Das war's für heute. Ah, da bräutzt! Was denn? Kommt! Auf den Ort beim Hetschen! Oh! Das ist auch Sack! Den konnte man ja nicht mal sehen hinter dem Troll. Schiebung! 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 Einen muß will er dir nicht werfen? Ah du hast nicht weggeklickt gapptuede? Wen habe ich weggeklickt? Den der jetzt den Ball hat! Da hast du zwischendurch einen anderen genommen. Den kann er nicht mehr werfen. Und ne, der Decke, der hinter ihm steht, soll den Löffel wegwerfen. Achso. Vielleicht ist er einfach zu dumm dazu. Was? Bin ich schon klar? Schon fertig? Aber vier Minuten? Jo. So lange versucht er in Züge zu werfen? So lange versucht er in Züge zu werfen? Ja. Ja. Dass ich irgendwie nichts gemacht habe. So, das war jetzt aber auch nur semi-smart von mir. Was war das? Semi-smart. Eigentlich gar nicht smart. Okay, er hat den Ball, aber... Entsteht der Ball. Ja. Blitz, das kann er ja nicht werfen. Na gut. Die Frage ist, kann er ihm passen? Ich schreibe ihn auch nicht. E-lion, du gehst jetzt mal... Ach, ich hab keine Ahnung, wo du gehst. Ich hab nicht gewonnen. Ich schaff's dann aber... Sehr nett. Ich hab nichts mehr Ahnung. Ah, fuck. Scheiß rein, man. Ich hab nichts mehr Ahnung. Davon fiel. Hm. Ja. Nein! 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 Obbediobla! Ah, in dem Spiel hätte ich einen Assassin gebrochen können. Scheiße. Diese ganzen leckeren Gummels. Ja, ich würd sagen, nehmen mal den roten Kopf da. Sieht gut aus. Aua. Das war's für heute. Das war's für heute. Die doofe Kuh konntest du hier nicht auffangen. Das war's für heute. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das war's für heute. 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 Ja, sonst hätte ich ihn, naja, ich hätte ihn nicht aufheben können mit dem Eingemann. Ah, wie ärgerlich. Ah, ich bin gut. Ich hole mal schon eine Zigarette. Ich glaube, ich steppe mir auch eine. Ah, ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Das war's für heute. 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 Sau. Das ist auch nur, weil er auf dem Gabeln ist. Das war's für heute. 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 Das hat allein nicht gereicht. Ein Feld hat du gesagt. Ein Feld ist gefehlt. Ich bin jetzt auch nicht reinschubsen, ne? Keine Sorge. Geh! Halbzeit! Ah, ja, ich bin ruhig! Doch! So kurz vor dem Tag schlau, Arsch! Oh, steh auf, du Wand! Oh Mann, Arschlauch! Den Ticket von mir! Ja, den Ticket von mir! Ah, kein Assassinen! Ein Blitzer weniger! Was denn noch? Na, wenigstens habe ich den Kick-Off gut verteidigt. Ja! ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay Kairos, machst das oder ich bin sehr sauer auf dich? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Nein! Nein! Das ist ruhig aus. Das ist ruhig aus. Das ist ruhig aus. Nein, ich fand das eigentlich ganz gut. Das sah irgendwie stylisch aus. Los, auf die Füße, du Arscher. Ja, man sollte das vielleicht nicht übertreiben mit dem Backbashen. Ah, naja, sie haben die gleiche Stärke wie die meisten. Die sind halt doch schon ein bisschen tougher als Dark-Aves. Ah, naja, gut. Bei Wood-Aves hättest du jetzt schon so viel Schaden angerichtet. Das wäre nicht mehr feierlich. Okay, jetzt muss ich auch ein bisschen nachdenken. Da ist alles gar nicht gut los. Und alle sehr risky. Ich hab deine Arsch an, wenn es mir überhaupt ein Troll steht. Du bist sowieso nur der Merse-Marine. Ja, okay, dann kann ich es gar nicht mehr. Ah, also... Ah, Kalesandra schläft erst mal eine Weile. Ah, ich hab mich gut erwischt, der Lauf. Ah, ihr arme Frau. Das kann nichts dafür. Sie ist einfach dumm. Der ist bei uns nicht. Jetzt ist es jetzt nicht gut. Bis die Schuhe ist. Einen Reroll habe ich noch. Ich hoffe, ich glaube, es ist da hinten. Ich hoffe, ich habe einen Reroll-Schiff. Wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite. Viel Optionen habe ich. Ich hoffe, ich habe hier nicht. Das kann nicht wahr sein, ey. 2x50% Chance und sie schaffen es nicht. 3x50% Chance X50% Chance und sie schaffen es nicht. 3x50% Chance bis zu 1x50% Chance. 6x50% Chance. nochmal naja, noch einer wir schlafen wir schon bisschen um ein Team Captain und da liegen sie beide oh kaltes andere, ich will mal einen hübschen Arschloch auch stimmt, du hast gejumped, das ist gar nicht schlecht du und du, das ist halt da stehst du wieder auf 5% futz 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 das steht mir auch noch, alle, die Uhrkauts auf dem Ball Ja, ist ja auch fast unmöglich, dass es nur eine Drittelschance ist. Ja, fast. Das ist das dritte Mal hintereinander so eine Eins würfeln, ey, das ist nicht gut. Oh nein, die Fans, die Fans, oh nein, nein, Arschlöcher, oh ja, geh, hol dich aus, jetzt sind die auch noch so viele. Doch nein. Oh no. Oh no, oh no. Oh, oh no. Oh no. Oh no. Meine armen Älfchen, sie wollen doch nur ihr schönes Blutbad haben. Ich glaub's nicht, der hat's auch noch geschafft, den Balm zu greifen. Wo sind die Orks der guten alten Tage? Ah da, ich seh sie nicht. Ah, verdammt. Nett. Okay, aber ich hab kaum noch Leute, die hier hinkommen können. Das wieso der Nachteil ist. W6, einer liegt noch da. W7. Unter meinem Ork stand nur einer. Liegt noch mal. Oh, stehe auf die faule Sau und bleib da stehen. Was eigentlich mit dem Typen, der von dem Fernseher verprügelt wurde. Ist der jetzt hin oder? Nee. Der wär beim nächsten Wechsel wieder drin, aber ich glaub es gibt keinen Wechsel mehr. Das ist auch wieder viel zu risky hier. Aber wir haben überhaupt keine Option. Pssst. Das ist scheiße. Pssst. Dram kann's nur nur so... Pssst. 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 Das bringt ja nichts. Nein, das hat sie auch nur als ob die Harry Pashman sie schaffen. Aber so, jetzt geht's eh durch. hń. Hei.. Jajaja.. Jajaja! Pssst. Fahr! Ich weiß nicht meine Liebecontrolled Gastchie ist ob du das schaffst! Pssst. Mch. Aber die wohnt er sicherlich nicht. Gute Scheiße. Schatze. Das sind 3 Würfel. Wir sind jetzt auf die Reichweite. Wir brauchen jetzt etwas viel Glück. Komm schon. Das ist ein bisschen zu viel getrackt, selbst vom Glück. Ja, das war knapp. Wir brauchen jetzt noch einen Schaden. Wir brauchen jetzt noch ein Schaden. Wir brauchen jetzt noch ein Schaden. Untertitelung des ZDF, 2020 Ahm... Wie am Morgen? Nun, es war tough, du brauchst einen Rewind. Ja. Was ist denn, hast du jetzt in unserem Maskott hier wehgetan? Das mag keiner von den verbliebenen. Wie viele sind es noch? Fünf? Drei. Ah ne, sechs. Schrauben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Boah, was ist das für ein scheiß Würfelglück, das kann gar nicht sein, das ist nicht nett. Boah, was ist das für ein scheiß Würfelglück. Boah, was ist das für ein scheiß Würfelglück. Ich wünschte das Ende des Matches wäre eminent. So lange sollte ich zwar nicht mal einen Tatsstand machen. Ich habe ja noch genug hier heute. Ah, das sind alles tapfige Dark Elves. Ja, das sind hier fünf Orks mehr. Ich weiß, ob jeden Dark Elves kommen zwei Orks. Zwei ungeschickte Orks, das macht bei uns nichts. Das sind da tapfer in der Richtung. Du faule Sau, kannst nicht aufstehen. Was soll das denn heißen? War ich eigentlich halt? Ah, na gut. Er hat wahrscheinlich ganz vor den neuen Versiven entstehen. Nee, dann wäre er schon vom Feld gewandt. Es war dann so viel Würfelglück. Für Gleichstart die Jungs, das ist echt herzend. Ja, das ist echt herzend. Ja! Ja! Die Jungs... Das war's für heute. 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 Ah, guck mal auf die Übersicht. Es sind nur Einsen, die ich würfle. Ja. Ah. Der Würfel ist gezinkt. Ich will einen anderen Würfel. Sofort. Ich schreibe jetzt an. Ich schreibe jetzt an Zeilen halt, dass ich einen anderen Würfel will. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fumble, Fumble Jetzt war ich aber unglaublich viel Glück, um das noch in 0-0 zu wandeln, du Aufstehen Das hätte mein Touchdown wollen können Du Rochiel Du gehend dahin Du bist eh auf Umflusslosen Links an der Linie Oh, der mit den Glocken klingelt Ja, rechts an der Bei dir, rechts an der Leute Wo der fette Typ noch da entsteht Wo sie da auch direkt mit zwei Mann da vorstehen Den liegen sie wahrscheinlich gleich auch nicht Einmal probieren wir mal das gemütlich irgendwie, ne So, den Ball haben wir Und jetzt schmeißen Beim nächsten Schritt wird er wahrscheinlich hingehen Ja, das ist eigentlich so Das ist eigentlich fast die Scheiße Klar Das sind zwei, interessant Das Ja Aber ich will ja keinen Score machen Ich bin einfach unentschieden Also So steht da da eigentlich Jetzt aber Das ist jetzt nicht möglich zu Das sieht auch nicht gut aus So Jetzt, wo du gefreut bist Ja, komm mal steuern Und jetzt, wo du gefreut bist Jetzt brauche ich viel Grip Um sich vielleicht ein bisschen zu verwandeln Ja, ich weiß Ähm Das waren ja auch immer meine Übrüche, die nun später Ja 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 In dem Spiel mit den ganzen Goblins und so Mit dem scheiß ähm Amorwerten von den Augs teilweise Hätte ich echt den Assassinen gebraucht Ja 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 Mal gucken. Scheiße, das muss es jetzt ja echt nicht sein. Schiebung! 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 Da passt, das ist ganz unfair. Ich brauche nur noch ein bisschen Würfelglück. Scheiiiiiisse! Na ja, gut. Das war echt knappe Würfel-Würfel, da reinzukommen. Ah, na ja, war ein cooles Match auf jeden Fall. Ach nein. Ah, sie hätten so einen Sieg verdient, weil sie so tapfer waren. Auf jeden Fall. Ah, kriege ich wenigstens ein bisschen Geld dafür? Oh wow, sogar mein Fanfaktor ist zwei gleich geblieben, das ist nett. Oh ja, 16.000 Gold, das ist nicht schlecht. Ja, ne, war ein cooles, cooles Match. Ich glaube, die Orks liegen hier besser als die anderen. Ja? Ja, die sind doch ausgeglichene. Das ist rein. Nein. Äh, kaufe ich diesen dämlichen Lineman? Nö, der ist scheiße. Ich will meinen Assassin zurück. Yay, der ist wieder aufgestanden. Ja, er kann wieder. Und so weiter. Und es gab keine schweren Verletzungen. Und es gab keine schweren Verletzungen. Ich glaube, es ist aufgezeigt.